Für den nächsten Lautsprengung der Kante, in der Heckkante geht es über Sache, in der Heckangenehme Fahrzeuge machen sich startreich und starten auf 8.9.7. Wir übernehmen die Führung. Ich glaube, kann man auf den Kursen, auf den Kursen. Und dann ist es sehr gut, dass wir hier auf den Kursen der Kaplan machen. Und die Fahr Internäte ist sehr gut, dass er jetzt ganz gut ist. Auto-Ganity und dann ist ein Rhecker in der Kursen. Steil der Kursen, steil der Kursen, круг, fest, einmal auskommt und holt auf die Strecke. Auto-Ganity, richtige, auf gehen, rote Bland, durchgefallen, als Geckerst vorne haben wir die Startnummern 833. 30, wie der Karte dann, wie der Karte aufgelastet hat, und dann will ich den Eckern nicht zu machen. Ich hoffe, ich fühle mich gut. Auf der Haufte jetzt mal hing�� Auf der Haufte 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 Ich schauer Auf der Haufte Auf der Haufte Ich bin der Mann da auf den Bodenflügel. Ich habe noch einen 3.30 und 3.60. Genau. Und wir haben die 2.30. Und können die Eresdus in der Wunderwand stellen. Kürzlich. Schau, Schäf, Schäf, Schäf. Schäf und Schäf. Immer noch auf den Schritt. Ach, die Gäste. Ach, die Gäste. Ach, die Gäste. Kinascape 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 Untertitelung des ZDF Fort Dorfos-Energie Diesen Auszug stellungen Untertitelung des ZDF Kinascape 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 Redaktion Die Runde, 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 39, auf 4, 3, 869, über die Zielinie. Wir fahren, so schaut es aus, in die Runde, der Ecknachte. Meine Schöne, die Runde, die Runde, das ist aber, gewonnen, fünfte, mit 8,99, Mike Sterling, SV Wendig, Marcel Möller, von den Beck-Bohlen, von Stocker Team Rügel, Matthias Dufel, für die Passkolle, die Runde, dann der TNT Racing Team, der Marcel Ernst, mit der Start Nummer 1, André, von Stocker Team Rügel, für die Passkolle, die Runde, 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 die Runde.